hallo liebe zuschauer in den vola produkten also den wix produkten gibt es zurzeit wieder extreme short positionierung noch mehr als vor der februar 2018 wohlexpression liebe zuschauer mein namen ist oder fließer normalerweise ist es so der markt ist besonders dann anfällig für bewegung oder es verwundbar könnte man sagen wenn viele leute sehr einseitig positioniert sind und jetzt ist es so dass im letzten quartal 2017 es einen rekord gab an short vola positionierung also short vola short vx short wix und so weiter war sozusagen en vogue das war sozusagen der mode der mode trade sozusagen was ist passiert das was kommen musste die viele leute sind rausgewaschen worden aus dem markt denn man macht sich sehr verwundbar wenn alle durch die gleiche tür durch den gleichen notausgang raus wollen wenn der markt dreht dann verstärkt es eine bewegung dann beschleunigt ist eine bewegung und in dem fall war es dann so dass wir eine normale korrektur von zehn prozent im s&p 500 hatten aber wir haben eine rekord wohler explosion im beispiel des wix also den relativen größte relativ größten tagesgewinn des wix und der wix futures zu sich selber wir hatten ja auch pleiten und fast pleiten von vola produkten wie zum beispiel svx y und xiv so und was hat es mit uns heute zu tun ganz einfach die situation sieht wieder sehr sehr ähnlich aus das heißt nicht dass es morgen crash geben muss aber ich sage nur so viel der markt macht sich verwundbar das schauen wir uns jetzt an so liebe zuschauer auf diesem bild sehen wir das sogenannte commitment of traders der wix futures und ich möchte mal das augenmerk hierauf lenken hier das sind die sogenannten large speculants die großen spekulanten die massiv short sind und jetzt schauen wir mal hier drauf geschwind hier sehen wir den februar 2018 also dieser riesen wohler explosion die wirklichen sozusagen den welt rekord oder allzeit rekord in der relativen kursexposition war und jetzt schauen wir mal auf die short wohler exponierung vorher wir sehen hier den alten rekord der war glattes vierteljahr vor dieser wohler explosion aber entscheidend ist dass wir jetzt genau hinschauen sehen wir das ganz gut das niveau der short positionierung heute ist sogar noch ein bisschen größer als es zu diesem zeitpunkt war das heißt nicht dass es morgen oder nächste woche direkt eine korrektur geben können muss aber es heißt der markt macht sich verwundbar und wenn er mal ins rutschen kommt und wenn die wohler mal stark ins steigen kommt dann kann halt folgendes passieren wir sehen hier diese sehr starke explosion im wix index und korrespondieren auch in den futures und sonstigen produkten darauf ich möchte auch darauf hinweisen dass diese wohl der explosion wesentlich wesentlich stärker war als es zum beispiel im rvx war hier die russell volatility sieht man hier auch wir sehen im rassel und ich gehe gleich noch mal zurück dass wir im februar und im dezember zwei gleich hohe peaks hatten von naja gut 35 und halb sagen wir mal normalerweise ist der rassel index der wesentlich volatilere index und das grundniveau der volatilität im ruhigen märkten ist im rassel wesentlich höher als im wix hier merken wir uns mal die zahl von etwa 13 und halb für ruhige märkte grundniveau für ruhige märkte jetzt schauen wir mal auf den wix noch mal gehen noch mal auf den anderen chart so dann sehen wir hier deutlich dass das grundniveau von wix im alten jahr oder im jahr 2017 das hatte rekord tiefs unter 10 überlegt man vorher noch mal die zahl 13 halb hier haben wir die zahl 9 ungerade beziehungsweise in der zwischen korrektur zeit in der mitte des jahres 2018 von mir aus 11 halb als grundniveau aber der punkt ist wir hatten haben jetzt hier einen peak von 50 wesentlich wesentlich mehr im s&p 500 als was im russell 2000 gehabt haben das heißt wir haben eine sonderbewegung gehabt obendrauf auf die normale volatiliexpension und das kommt daher zustande dass hier sozusagen der schwanz mit dem hund gewählt hat es steckt sehr viel kapital in den volatil märkten mittlerweile drin und die beeinflussen wieder sozusagen da gibt es eine rückwirkung oder eine wechselwirkung beeinflussen den normalen optionsmarkt des s&p 500 es ist sozusagen der schwanz wedelt mit dem hund oder die normalen verhältnisse werden sozusagen auf den kopf gestellt okay was bedeutet es für uns trader ganz einfach wenn wir wix produkte short handeln da müssen wir wirklich der gefahr bewusst sein wir dürfen uns nicht zu verwundbar machen immer schön kleine positionen machen diese besonderen volatiliexpensionen können uns dann besonders hart treffen wenn wir darauf nicht achten und wenn wir s&p 500 optionen handeln dazu können in dem fall auch die e minis und sp y option also alles was in diesem index zu hause ist dann gilt das gleiche dass die volatilität ganz besonders stark steigt und ich möchte jetzt gleich mal ein einfaches rechnenbeispiel geben so wir sehen hier einen straddle auf spx s&p 500 optionen bezüglich des 100 der bringt eine prämieneinnahme von knapp 3000 dollar und jetzt machen wir folgendes wir nehmen eine marktkorrektur um zehn prozent an und danach nehmen wir noch ein wohler anstieg um 30 punkte an denn genau das ist im februar 2018 passiert und dann schauen wir was daraus passiert nur zur erinnerung das ist nichts neues aber dass man einfach sich das noch mal vergegenwärtigt also wir rechnen jetzt 2923 minus 290 so genau kommt nicht darauf ankommen auf 2633 spot alright wenn wir nur die kursbewegung hätten dann hätten wir jetzt einen kleinen verlust von minus 12.200 aber das ist noch nicht alles der wohleranstieg kommt noch oben drauf wir reden von einem einzigen strengel jetzt simuliere ich einen wohleranstieg von 30 prozent oder 30 punkten und schon wird aus dieser position die ursprünglich mal drei tausend dollar prämie gebracht hat ein minus von 26.600 dollar und ich bitte noch zu bedenken dass die margin portfolio margin auch die spam margin wenn man das mit minis macht die steigt adäquat an das kann also sein wenn jemand portfolio margin hat für einen solchen einen einzigen solchen strengel in der situation wie im februar 2018 dann kann es sein dass sich der margin puffer verringert um 50.000 dollar nämlich 26.000 man kann es quasi verdoppeln denn die angesetzte margin kann auch um diesen gleichen betrag noch mal steigen genau wie in net league value fällt so dass also der margin puffer von zwei seiten gleichzeitig angegriffen werde ich drücke das mal etwas martialisch aus den zwei fronten krieg sozusagen aber mal ganz im ernst die margin wird von beiden seiten angeknabbert das kann dann so kommen und deswegen durch eine einzige versuchte prämieneinnahme von ursprünglich mal 2700 dollar wird auf einmal ein verlust von zum beispiel 50.000 dollar oder ein über den verlust von 27.000 dollar und eine margin puffer verringerung von 50.000 und das sollte man wirklich ernst nehmen was ich damit sagen will ist dass wir wirklich aufpassen müssen uns nicht zu verwundbar machen das gleiche gilt natürlich auch wenn man den s&p 500 betrachten ich habe es mir jetzt mal einfach gemacht ich habe einfach ein zehntel eine 1 1 1 1 zehntel kontrakt von spx genommen habe spare ich mir ein bisschen arbeit sie wissen ja dass der sp y etf und seine optionen von der größe von der schwere her ein zehntel von spx ist insofern ist diese rechnung absolut valide da haben wir dann auch den punkt wer jetzt meint mit sp y ganz cool seine eine standard deviation strangles aufzusetzen 45 tage laufzeit standard rezept und auf einmal passiert sowas wie im februar wir sind nicht geschützt und das konto ist zu klein dann haben wir auf einmal ein minus von 2600 dollar im konto und dazu auch noch eine entsprechende margen änderung die im falle von recti zwar kleine ausfallen aber immerhin bitte bitte das nicht vernachlässigen die marge im falle von recti steigt nicht so explosiv an wie sie das im falle von portfolio margen oder span margen tut aber dennoch auch hier wird die marge noch weiter ansteigen weil nämlich unser short put näher ans oder gar ins geld geht in dem fall ist er im geld und das bitte bitte nicht vernachlässigen ja liebe zuschauer die message lautet keine panik und auch keine prognose dass morgen eine korrektur kommt sondern nur so viel der markt macht sich wieder verwundbar und irgendwann sind wir mal wieder als kollektiv alle reif für eine große wohl-exposition man kann ich nur appellieren dass sie versuchen ready zu sein dass ihr portfolio bereit dafür ist machen sie sich nicht so verwundbar in keine richtung das war es auch schon für heute wenn ihnen dieses video gefallen hat dann freuen wir uns natürlich wie immer über positives feedback auf den sozialen netzwerken youtube facebook twitter und linkedin tschüss ihr wohl auf lisa